Bist Du behindert oder was? Guten Morgen! Wem ist diese Floskel noch nie rausgerutscht? Behinderung als Abwertung aufgrund mangelnder geistiger Kapazitäten oder situativ geschuldeten Unzulänglichkeit. Aber ich bin gestern auf der Straße einem behinderten Mann begegnet. Offensichtlich war das er Trisonomie 21 hatte und als er mich lautstark anlachte und ich das tiefe Gefühl hatte ihm dabei in die Seele schauen zu können, ist mir bewusst geworden mit einem Mal wie sehr ich geistig behinderte Menschen liebe. Ich referiere hier vor allem auf die Menschen mit Trisonomie 21, was die häufigste angeborene schwere Geisteskrankheit darstellt. In Deutschland ist ungefähr jedes 500-800ste Kind je nach Alter der Mutter ein Mongoloid. Solche Menschen sind aber meist offen und direkt und beweisen mir ein ums andere Mal wie durchaus empathisch sie sind. Wer denkt so ein geistig behindert der bekommt nichts mit von seiner Umwelt weil er einfach doof ist, der beweist selber wie unzureichend informiert er selber ist. Denn gerade die Trisonomie 21 Menschen, was auch als Down Syndrom bezeichnet wird, entwickeln häufig ganz besondere soziale Fertigkeiten. Sie haben nicht die künstlichen, gesellschaftlichen Schranken der meisten Menschen angenommen, sondern sie reagieren direkter und fühlen direkter. Sie lassen sich nicht oft von Bildung, von Sprache oder von Geld beeindrucken, sie sehen das essenzielle, sie sehen den Menschen. Das ganze drum herum womit die Menschen sich besonders wichtig oder besonders klug fühlen, das ist für einen Mongoloiden oft nebensächlich. Wenn man auf der Straße jemanden herzlich anlacht, dann ist die Chance dass ein geistig Behinderte mit einem Mitlacht wesentlich höher als wenn ein durchschnittlich intelligenter Mensch da vor Dir steht, der vorher erstmal klugerweise nachdenkt. Warum lacht der andere so und eventuell irgendwelche Gefahren bedenkt, wenn er jetzt auch lachen würde, dass er vielleicht dann was kaufen muss oder sich persönlich einfach nur unwohl fühlt, weil man ja in der Gesellschaft nicht einfach mal so jemanden anlacht und schon gar nicht ohne Grund. Dazu haben die geistig Behinderten natürlich auch den Luxus, dass die Gesellschaft sie oft nicht in alle Ebenen als einen der ihren akzeptiert und sie oft wie Aussätzige behandelt, weswegen auch der Versuch der Prägung durch die Gesellschaft oft ausbleibt. Mongoloide leben emotional viel echter und können uns somit viel direkter zeigen was real ist. Dieser ganze gesellschaftliche angehäufte Berg an Regeln und an unbeschriebenen Regeln wie man in einer Gesellschaft zu agieren hat, der drückt uns immer mehr aus dieser Ursprünglichkeit heraus. Schamgefühl, Stolz, Anerkennung und so weiter alles Dinge die sehr oft unecht sind und unser Leben unnötig verkomplizieren und uns Dinge tun lassen die wir gar nicht brauchen und die wir gar nicht wollen. Wir haben gelernt was wir wollen sollen, aber viele haben oder haben keinen richtigen Zugang mehr dazu. Was man wirklich braucht? Ich brauche ein Auto um zur Arbeit zu gelangen? Ne warum? Nur weil man sonst 2 Stunden laufen muss? Wo ist das Problem? Wir haben gelernt dass Zeit ist Geld und dass man nicht einfach 2 Stunden seiner Freizeit wegwirft. Freizeit ist ja auch eine Zeit die die Gesellschaft ganz klar von der Arbeitszeit abgegrenzt hat. Das ist ja unsere Freizeit. Weil sie die Zeit ist wo man tun kann was man will, was ja die Arbeitszeit oft nicht ist. Es ist in Ordnung die Arbeitszeit als etwas Belastendes zu sehen. Man muss hart arbeiten um etwas zu erreichen. Und da muss man eben durch. So ein Schwachsinn. Keiner muss irgendwo durch wenn er es nicht will. Aber dieser Gedanke dass man sich selbst versorgt ist überhaupt kein Gedanke der in den Köpfen der Menschen irgendwo hineingepflanzt wird. Weil diese Selbstversorger die eben nicht müssen sondern die machen das was sie wollen damit das System nicht mehr unterstützen und das System irgendwann mangels Unterstützung auseinanderfällt. Nein! Es ist wichtig dass jeder denkt dass Arbeit hart und unangenehm sein darf weil dann eben Arbeiten ausgeführt werden die einen teilweise oft sinnfreie materialistische System das überhaupt überdauern lassen. Wenn wir klar denken würden und wirklich uns auf die Dinge beschränken würden die wir wirklich brauchen, dann können wir im großen Teil des Tages das tun was wir WIRKLICH wollen. Diesen ganzen sinnlosen Ballast hat ein geistig behinderter nicht. Er kratzt sie öffentlich am Sack weil es dort eben juckt. Warum denn bitte auch nicht? Jeden juckt mal der Sack. Sie pupsen wenn sie pupsen müssen und quälen sich nicht Minuten oder Stunden lang wie viele geistig gesunde Menschen auf Arbeit mit dem drückenden Magen herum weil sie aufgrund ihres Stolzes nicht öffentlich pupsen wollen. Sag mal wer ist denn da eigentlich geistig krank? Ich liebe Behinderte weil sie uns oft zeigen was wirklich notwendig ist und was alles nur eine übergestülpte Fassade ist. Das wollte ich heute einfach mal an Euch loswerden. Was meint ihr dazu? Bitte wie immer ehrliche Meinung. Dann Mission Wiegenfalt, das weltweit größte vegane Rezeptbuch der Welt ist wieder eine Stufe höher gekraxelt. Der Franky hat ein Kartoffel Quinoa Gemüsesalat gemacht und damit Level 33 meine Lieblingszahl erreicht. Das Rezept von ihm findet ihr hier und seinen Kanal findet ihr unten in der Infobox. Wir sehen uns morgen wieder. Machts gut Euer Christian. Tschüss.